Ja, halli, hallo, hallo, willkommen zurück zu Let's Play Minecraft und wir brauchen noch mehr Erde. Wir brauchen mehr Erde, damit wir unsere Bangers, unser Berg, verschönern können. Der Berg gehört uns, und zwar wird er einmal komplett uns gehören, da würde ich niemanden anderes drauf lassen. Kein Skelett, kein gar nichts darf drauf. Das sind noch zwei Spinnen, die eine ist wohl gerade die Spawn, so wie es aussieht. Ja, was wir brauchen, ist Erde, damit dieses Gras da wächst, was man jetzt gerade nicht sieht. Aber es kommt voran. Solange ich hier in der Gegend bleibe, kommt das Gras auch voran. Deshalb bleibe ich in der Gegend, schürfe weiter meine Erde, damit ich mir irgendwann einen schönen Wald machen kann. Ist ja auch wichtig. Und so, weiter geht's, nächste Schaufel. Jejee, ich hab's in der letzten Folge schon angesprochen, die Leute, die diese Videos hier komplett schauen. Ja, wollte ich nochmal fragen. Jetzt ist es ja ein bisschen am Anfang der Folge. Wollte mal fragen, wer hat denn vor, das alles komplett zu schauen. Und ich weiß nicht, ich kann jetzt jede Folge fragen, da bringt mir natürlich nicht viel. Ich tue es aber einfach mal. Das verspreche ich euch ja auch, wenn ich genügend Informationen habe. Und wenn ihr das Video mit genügten Freunden geteilt habt, wenn es euch gefallen hat, natürlich. Verteilt es doch einfach auf Facebook, da gibt es so einen Button. Teilen und dann auf Facebook und Twitter mit allen euren Freunden. Unter die Nase reiben, ins Gesicht klatschen. Und deiner Mom auch. Bitte klatschest deiner Mom ins Gesicht. Und sag ihr, hey, Mom. Mama. Oder Mutter. Je nachdem, wie ihr eure Mom nennt. Oder Mutter. Oder Mom. Mama. Mama. Egal. Einfach ins Gesicht klatschen und sagen, hey, ich hab dein Video gefunden. Schau's dir an. Und teile es mit deinen Freunden, mit denen du als Sekt trinken gehst. Und dann ganz arg laut lachst, wenn du besoffen bist. Ich hab schon lange nicht mehr gesungen, ne? So. Es gibt zwar verschiedene Töne. Einmal, wenn ich hier mit Gras abbaue und einmal ohne. Merkwürdig. Aber da haben wir ganz schön viele Steine freigelegt. Hier muss da natürlich auch noch irgendwas hin. Wenn wir das Ganze überdecken müssen. Also machen wir jetzt zuerst mal die Schaffel kaputt. Und dann haben wir, glaube ich, genügend Erde. Zumindest, also genügend haben wir wahrscheinlich nicht, weil ich sehe, wie groß der Platz noch ist. Ich hoffe, dass wir wenigstens die Baumfarm da und dann den Rest irgendwo anders hin patten können. So, das war's. Jetzt haben wir auf jeden Fall einiges an Erde. Mit der können wir was anfangen. Und wie sieht's aus? Sag mir, es kommt voran. Ja, eins ist es wieder vorangekommen. Ich töte jetzt erstmal diese Kuh hier. Nervt mich. Nein, du sollst doch... Du blöde Kuh. Renn doch einfach in den Kaktus rein. Wär doch viel einfacher für uns beide. Ich geh natürlich die Treppe hoch. Es geht schneller. So. Und dann pappen wir Erde überall hin. Und dann sieht's hoffentlich bald mal schön aus. Ich hoffe's einfach nur. So, hier zwicken wir uns dann, wenn, falls hier mal das Gras ankommen sollte, zwicken wir uns hier natürlich ein bisschen was ab. Zack, 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 zack. So, dann hauen wir den noch raus. Und den da, den da, den da. Dann kann sich das Gras hier schön schnell verteilen. Wenn das mal hier oben ankommt, dann ist die Sache gegessen, sag ich dir. dann und und dann kommt hier alles, weil hier genügend Erde ist ok, jetzt pappen wir das dazu und dann können wir uns eine kleine Baumfarm machen dann holen wir uns verschiedene Saplings und dann geht's los dann geht's los also das geht echt schnell wie man so schnell so viel Erde verliert hier machen wir natürlich zu würde ich sagen äh komm äh ok ich brauch nicht ich brauch hier kein Wasser, danke das was ich hier brauche ist jo so, jetzt können wir hier wenn hier wenn hier Gras ist dann mach ich drei Kreuze im Kalender dann mach ich drei Kreuze im Kalender wenn ich hier mal Gras hinbekommen sollte dann würde ich feiern würde ich feiern so zack zack alles muss voll werden die Fackeln müssen weg naja, wenn wir hier dann einen schönen kleinen Wald mit ein paar Bäumen haben dann ist alles perfekt wenn es ja noch schön grün ist und wie wir das hoffentlich voll bekommen werden ich weiß bin mir jetzt bin mir jetzt gerade nicht mehr so sicher wie wir das voll bekommen werden weil es dann doch wieder einiges ist und wir doch nicht doch das passt so viel Erde haben wir noch das kriegen wir voll das kriegen wir voll so dann muss ich diesen hässlichen Ton nicht mehr sehen weil sehe ich nicht der ist so dunkel und äh ich weiß nicht sieht es im Standard-Texture-Pack besser aus müsste man mal ausprobieren dann wechsle ich ich wechsle jetzt nicht das schöne Texture-Pack das ist aber zu ewig bis es Chroma Hills wieder geladen hat Mama, lassen wir das mal so nach also hier kriegen wir zu dann haben wir wenigstens können wir uns hier wenigstens ein paar Bäume pflanzen natürlich müssen wir uns erst welche suchen ich glaube da waren das war kein ist das ja ein Dschungel da könnten wir mal nach einem Dschungel suchen müssen wir schauen machen wir natürlich auch noch und zwar schon recht bald weil ne ich will eigentlich dann vielleicht bis das krass aber das dauert so lange wie sieht es aus na hm das ist gewachsen ne aber es will einfach nicht was ist dein Problem was ist dein Problem krass so haben wir hier eine schöne Fläche würde ich mal sagen hier dann können wir hier schon ein paar schöne Bäume hinsetzen so ein paar Fackel müssen wir noch verteilen bloß nichts spawnt Erde spawnt ihr wahrscheinlich besonders gerne können wir da noch zumachen Dark so das war jetzt ein bisschen übertrieben so jetzt haben wir noch ein bisschen Erde übrig dann können wir vielleicht können wir dem ganzen hier noch zack zack können wir hier noch zumachen wie viel Erde haben wir noch ah ja noch zwei Sticks das kriegen wir auch noch zu das so ja und jetzt haben wir noch ein Stick naja zwei Sticks aber halt ein Stick haben wir da noch im Inventar oh ich bin gerade irgendwie konzentriert ich weiß auch nicht ich bin müde heute bin ich müde einfach nur aber es wird trotzdem aufgenommen ich tue doch alles für meine Fans ne schreib in die Kommentare wenn du ein Fan bist bist du ein Fan schaust du meine Videos immer also bist du ein Abonnent hier könnten wir dann eine Stufe höher gehen damit hier nicht alles habt ihr das gehört was war das denn sowieso noch nie gehört das Hüchelngeräusch das klingt so das Hüchelngeräusch jetzt hier in der Hand gehört als wäre irgendwo ein Unglück passiert hm ja das wächst und so langsam könnte ich mir mal überlegen ein paar Kühe abzuschlachten ne weil werden doch ganz schön viele hm hm so viel Zeit bleibt uns noch so viel Zeit bleibt uns noch hm so ja mit Dandelion kann ich leider nicht pflanzen wenn ich kein Gras habe hm ihr könnt nicht mal ja für hallo es geht los Kuh das ist angesagt der große Kuh Fick hier ficken Kübe 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 äh, seid ihr jetzt alle noch Rallig oder etwa nicht? Komm, steigt mir hinterher, ihr müsst doch noch Rallig sein. Was ist denn mit euch los? Okay, ich würde sagen, an dieser Stelle beendet ich die Folge, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen, anschreibt doch mal in die Kommentare, wie lange ihr das Video gesehen habt. Äh, abonnieren, nicht vergessen, teilt das Video natürlich mit euren Freunden, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns einfach in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, noch einen schönen Tag, tschüss mit euch und ciao.